bämm freunde seid ihr auch schon so gespannt wie ich ufc 300 das ist quasi sowas wie der final countdown in der nacht von samstag auf sonntag pünktlich ab 0 uhr starten wir mit den early prelims die fight pass prelims auch genannt dann geht es weiter zu den prelims und dann geht es weiter zur maincard um vier uhr fängt die maincard ungefähr an hauptkampf vielleicht je nachdem wie schnell die fights ablaufen können wir so zwischen sechs und sieben uhr mit rechnen in diesem video wird es meine bescheidenen tipps geben und ihr könnt natürlich eure meinung ebenfalls unter das video ballern aber vorher gibt es wie immer das beste intro auf youtube ich würde sagen damit springen wir einfach mal rein in die fight pass prelims und ist ein geiler fight wie ich finde den arbeit hat natürlich vorher die erwartungshaltung so heiß gemacht dass es was unmöglich war das zu erfüllen aber mit ehemaligen champion davison figueredo god of war und cody garbrand no love auch ehemaliger champion hat man glaube ich schon einen fight als allererstes auf die kart gepackt wo ich auch sagen würde sollte man nicht verpassen sollte man von anfang an dabei sein und einschalten die schwierigkeit bei diesen tipps für ufc events oder generell für mma events ist ich glaube dass der ein oder andere mma youtuber ich bezeichne mich jetzt einfach auch mal als einen versuchen die sensation zu tippen versuchen einfach den außenseiter tipp raus zu hauen dann kann man am ende sagen hey guck mal ich habe es vorher gewusst ich bemühe mich immer die letzten falls also so eine art formbarometer mit reinzunehmen die stärken und schwächen von fighter a die stärken und schwächen von fighter b und wie passt das zusammen natürlich kommt aber nicht immer der richtige tipp raus weil mma ist einfach auch formabhängig und kleine fehler können schon den kampf ausgang sehr stark beeinflussen beziehungsweise entscheiden deswegen werde ich jetzt nicht falls tippen einfach nur das außenseiter tipps wegen sondern ich versuche wirklich immer da meistens aufs kopfgefühl zu hören manchmal ist bauchgefühl auch mit dabei das sage ich dann aber bewusst ich nehme da aber auch mir noch mal das recht raus zu sagen tippt nicht auf meine tipps irgendwie mit geld weil mma ist so schwierig vorher zu sagen also davison figueredo gegen cody garvin schauen wir vielleicht erst mal auf davison der jetzt einen zweiten fight hat bei 135 von zwischendurch habe ich mal nicht so richtig geglaubt dass dieser aufstieg wirklich stattfinden wird aber nachdem er gefühlt 40 mal gegen brand moreno gekämpft hat und der letzte fall nicht zu seinen gunsten ausgegangen ist kam er dann ins band am gewicht zu 135 fund gegen rob font und sah verdammt gut aus das war kein feind wo ich das gefühl hatte ok der ist hat jetzt rob von komplett komplett überlaufen aber er sah gut aus in dieser gewichtsklasse er konnte treffer gut wegstecken er sei jetzt nicht komplett fehl am platz aus dass ihm da wer weiß wie viel masse fehlt er hat ja auch immer einen relativ harten cut gehabt runter zu 125 pfund scheint also gut angekommen zu sein rob font ist ein legitimer top 10 mann in dieser division also den im debüt zu besiegen ist keine leichte aufgabe davison macht vieles gut ob striking ist ob grappling ist der ist sehr bewandert auf so gut wie allen facetten des mma tendenziell die stärke würde ich aber schon eher im stand sehen er mag dieses stand and bang den gegner anzuknacken selber eine wegzustecken kann er auch sehr gut also gute nemer qualität ein gutes skin ordentlich power manchmal vernachlässigt er etwas die defensive schlagdefensive meid bewegung und da kommt dann kody gaben ins spiel den wir auf der anderen seite wo wir uns auch die letzten falls angucken seit seinem meisterwerk gegen dominic cruz ist er so nie wieder so richtig in die spur gekommen gegen tj dillischoff fing es an und das war natürlich auch irgendwo ein hasstuell rivalität im alten gym pedro munoz hat dann ja war sie noch mal das bestätigt oder die frage bestätigt die tj dillischoff zweimal aufgeworfen hat mit denkt kody manchmal beim schlagabtausch nicht wirklich drüber nach und will einfach mit dem kopf durch die wand dann hat er sich zwischenzeitlich mal immer wieder gefangen dann gab es wieder empfindliche niederlagen ich glaube mit einer der übelsten niederlagen war sogar gegen rob font weil da wurde er ich will nicht sagen vorgeführt aber das waren fünf runden die eindeutig für mich an rob font ging gegen kai kawa franz das war dann so ein experiment nach unten zu gehen mit dem gewicht das ist gescheitert die letzten zwei fights auf jeden fall trevin jones brian keller das sei wieder gut aus auch gegen brian keller ein finish geholt schwierig abzuschätzen wo kody garbrand steht er hat ringen irgendwo in der hintertasche vielleicht einfach nur als ass im ärmel um auch nicht leicht auf den boden gebracht zu werden also take down verteidigung ist gut ist wahnsinnig schnell macht keinen großen weight cut zumindest in diese division also glaube ich dass wir hier auch zwei ähnlich große und schwere männer im käfig sehen werden ich glaube nicht dass das ein faktor sein wird weder für den einen noch für den anderen die frage ist wie diszipliniert wird kody hier auch kämpfen sucht er vielleicht wieder den offenen schlag abtauschen wenn er auch sieht dass davis ein fighter ist der sagt ich kämpfe mit offenem visier kommen mein kind ist hier finde es wenn kody das findet hat er definitiv die power um jeden mann in dieser gewichtsklasse schlafen zu schicken aber den wissen halt auch und wenn es da wirklich power gegen power kinn gegen kinn geht bin ich mir nicht sicher ob kody das bessere ende für sich hat trotzdem tippe ich in diesem fall auf kody garbrand ich glaube ufc 300 er möchte abliefern und nicht nur abliefern indem er sagt wilder schlag abtauscht sondern ich glaube wir werden wieder einen disziplinierten reservierten kody garbrand sehen der sich nicht reinziehen lässt der wird mit low kicks arbeiten der wird mit seinem jab arbeiten der wird natürlich auch power punches reinbringen aber nicht in dem in der form in dem risiko dass er sich da irgendwie einem konterschlag aussetzt zumindest nicht so häufig wie in den letzten fights gegen munoz gegen dillashaw also halt auf die nase bekommen hat deswegen tippe ich hier auf den ehemaligen champion im band am gewicht kody garbrand dass er nicht richtig das debüt aber den zweiten fight so ein bisschen ruinieren wird und ich glaube nicht an einen finish ich denke dass das über die punkte gehen wird drei runden und glaube dass kody garbrand da mehr gute treffer für sich zählen wird bobby green gegen jim bucking miller der glaube ich seinen 43 kampf in der ufc haben wird alterstechnisch bobby green 37 jim miller schon 40 aber die drei jahre machen jetzt glaube ich hier nicht wirklich den riesenunterschied die letzten fights wenn wir da mal drauf gucken von bobby green gegen jaylen turner übel k.o gegangen also das war auch ein fight wo ich beim referee wieder die frage hatte wie viel mussten weiter denn machen also bobby green war mehrmals bewusstlos in diesem fight und wurde einfach von treffern von turner wieder aufgeweckt und dann wieder schlafen geschickt das war keine gute referee leistung davor allerdings zwei sehr sehr starke siege und auch gegen jared gordon sei sehr gut aus von bobby green gegen tony ferguson eine submission geholt gegen grant dawson was mit sicherheit für viele ein riesen upset gewesen ist den in der ersten runde schlafen geschickt also das war beeindruckend grant dawson starker ringer und jetzt kommt halt jim miller als gegner der ja zwei siege am stück mit reinbringt und auch die letzten fights jesse butler gabriel benitez gute siege gegen alexander hernandez dazwischen dann noch mal verloren und davor ebenfalls drei gute siege geholt ich glaube persönlich nicht dass jim miller jetzt noch mal auch nicht die ambition hat da noch mal irgendwie richtung top 10 top 5 titel irgendwo zu gehen der will eine gute zeit haben der will wahrscheinlich noch den ein oder anderen rekord brechen bobby green für mich da der richtige tanzpartner bobby gutes was heißt gutes ersetzt ist jetzt auch nicht so häufig ein aber solides ringen irgendwo auch den background glaube ich mit der high school es wird nicht einfach ihn auf den boden zu bringen aber ich glaube auch nicht dass jim miller das zwangsläufig von anfang an versuchen wird wenn der fein auf dem boden ist jim miller guter schwarzgurt sehe ich bei ihm die vorteile im stand ist es interessant da bobby green sehr schnelle fäuste aber hat auch mit seinem stand teilweise auch diesen philly shell stand wo du eine hand hier noch oben hast der andere hand ein bisschen tiefer hängen hast ist er relativ offen für für low kicks und da ist jim miller ich glaube jim miller hat mit seinen low kicks erst das den pori überhaupt inspiriert mehr auf die wade zu treten das ist quasi wie gemacht für jim miller da mit den low kicks zu agieren ich glaube es wird eine schlacht es wird ein hin und her werden das ob fight of the night wir haben ja noch einige kracher mit dabei aber das wird definitiv ein fight mit viel potenzial schwierig da jetzt komplett zu sagen kopf oder bauchgefühl weil natürlich gönnt man es irgendwo jim miller dass er diesen rekord weiter zieht auch so ein unter den fightern so ein klassischer arbeiter typ aber bobby green wird keine einfache herausforderung sein da muss er aufpassen nicht unvorsichtig die distanz zu schließen weil bobby green hat schnelle fäuste kann ihn schlafen schicken ground grand dawson kann davon ließ singen trotzdem gehe ich hier irgendwie mit jim miller ich glaube dass die low kicks relativ früh ein problem sein werden für bobby green dass dann vielleicht irgendwann auch der takedown da ist und wenn der fight auf dem boden landet sehe ich große vorteile für jim miller deswegen tippe ich auf jim miller zweite runde obwohl so genau will ich es gar nicht machen bei jedem tipp das ist fast unmöglich da einen treffer zu haben aber zweite runde submission auch die damen sind natürlich vertreten auf dieser car jessica andrasch gegen marina rodriguez brasilianerinnen unter sich jessica andrasch auch schon gefühlt ewig mit dabei aber erst 32 jahre alt auch immer so ein bisschen am springen ich glaube es auch in der top 10 in mehreren gewichtsklassen in der ufc ich blende den rekord ein und ja da sieht man wo wahrscheinlich in einigen der letzten falls auch ihre probleme lagen wenn wir jetzt mal jan xia und an die auch auf der karte ist die um den titel kämpft rausnehmen gegen suarez und gegen blanchfield große probleme mit dem grappling gehabt da wird rodriguez glaube ich nicht die gegnerin sein die auf den takedown gehen wird die irgendwie versuchen wird den fight auf dem boden zu verlagern mckenzie dörn ja ist natürlich der letzte fight ein sieg sieht sehr beeindruckend aus aber mckenzie dörn da komme ich auch nicht drum herum zu erwähnen was das striking und gerade die striking verteidigung angeht war das auch im stand gefühlten richtig geschenkter fight weil die ist zwar zäh die dame und hat sehr sehr gutes brasilian jiu jitsu aber im stand was du einstecken kannst ist halt irgendwo auch hat ein limit für alle die nicht irgendwie holloway wobei ich will den fall nicht verhexen oder marvin vittori nehmen wir den heißen ansonsten irgendwann hast du zu viel eingesteckt und dann geht es nicht mehr jessica andrasch ist für mich eher der brawler in diesem fight wilde schwinger körperlich sehr sehr stark rodriguez technisch für mich die bessere strikerin aber sie auf der anderen seite auch schon 36 jahre alt letzten fight gegen michelle watersen zwar gewonnen aber michelle watersen glaube ich auch nicht mehr irgendwo in reichweite von der top 10 top 15 fighterin und davor halt zwei niederlagen und hier eine interessante weil ich glaube dass amanda lemos vom stil her schon recht ähnlich ist jessica andrasch gegenüber und dass das durchaus probleme bedeuten könnte für rodriguez weil wenn du technisch der bessere striker bist und das glaube ich dass rodriguez rein technisch besser ist schönere kombinationen hat präziser schlägt aber du sorgst nicht dafür dass deine gegnerin deine fäuste respektiert im sinne von power dann wirst du ein problem haben gegen jemanden wie lemos oder gegen andrasch die dann einfach nach vorne geht und sagt ja die zwei drei fresse ich dann soll die technisch gut aussehen und uppercut haken reiner und ich gehe durch boom und dann treffe ich mit einem vielleicht treffe ich nur jedes zweite oder dritte mal aber wenn die treffen tun die ihr richtig weh und ich denke das wird auch in diesem fight passieren die takedown gefahr ist nicht so vorhanden dass ich glaube dass jessica andrasch da irgendwie zögerlich sein wird sie wird leder fliegen lassen wilde schwinger rausholen und ich glaube sie wird marina rodriguez in diesem fight besiegen vielleicht sogar vorzeitig ausmachen aber weiter mit jaylen turner gegen henato canero genannt moicano im kampf im leichtgewicht der relativ spät auf diese card drauf gekommen ist moicano hat da in irgendeinem live stream ich glaube auf twitch hat er gesagt bei ufc 300 ganz ehrlich haut mich nicht so sehr vom hocker ufc hat es wahrscheinlich gesehen und irgendwie mitbekommen direkt zum höher geriffen gesagt immer wenn du willst kannst du auch auf der card sein ist auch ein fight der viel spaßpotenzial mit sich bringt jaylen turner das ist also wenn ich mir angucken der mann kämpft im leichtgewicht und ist 1 90 groß ist fast schon schieten aber gut sei es drum er schafft das gewicht dann in den meisten fällen zumindest dann hat er natürlich das recht in dieser gewichtsklasse zu kämpfen letzter fight gegen bobby green davor der fight gegen den hooker ebenfalls eine knappe nummer gegen matthäus gamrod ebenfalls eine knappe nummer aber diese decisions ging halt nicht zu seinen gunsten aus gegen bobby green das war ein beeindruckender sieg aber bobby green jetzt vielleicht auch nicht der maßstab dass man jetzt in die top 5 reinrutschen will titelambitionen haben will ich denke das wird das ziel sein mit 28 jahren für jaylen turner inwieweit das realistisch ist weil natürlich absolute killer in dieser division hocken gerade an der spitze steht auf einem anderen blatt gegen matthäus gamrod hat er ja einen topmann und das war zugegeben knapper fight wobei gamrod ja auch relativ kurzfristig da eingesprungen ist moicano auf der anderen seite hat für sich das fluchen ein bisschen entdeckt in den post fight interviews sich damit vielleicht ein stück weit interessanter gemacht mehr in die öffentliche wahrnehmung gespielt jetzt auch deutlich aktiver auf social media das ist ihm zugute gekommen und zwei siege am stück geholt aber sind hier 24 gegen du dober davor ein bisschen pause gehabt und gegen brett redell der glaube ich zwischen zeitlich meinen ruhestand war jetzt glaube ich wiederkommt das ist schon ein stück weit her und ein fight den ich nicht vergessen aber der kampf gegen ardi weil das war schon eine relativ eindeutige nummer wenn man im anschluss sagen kann bohr gut ab gute nemer qualitäten oder ca bursche heißt das im endeffekt übersetzt der aber ordentlich auf die socken bekommen beim bjj sehe ich bei ihm definitiv die stärken auch im vergleich zu jaylen turner aber im stand wird die reichweite die körpergröße ein riesen nachteil sein für moicano diese distanz zu schließen und ich tippe hier drauf dass es jaylen turner schaffen wird den fight im stand zu halten und ja er moicano von der distanz die er sich leisten kann auseinander nehmen wird auch hier gefühlt hat fast jeder fight fight of the night potenzial weil da richtig gute matchups zusammengewürfelt worden sind hier haben wir jetzt einen der mit moicano besser auf dem boden ist für mich aber probleme haben wird glaube ich den fein auf dem boden zu bringen gezwungen ist im stand zu bleiben auch dort kein schlechter ist und das könnte so ein richtiges feuerwerk werden zwischen ihm und turner ich sehe da aber turner als den sieger hervorgehen damit springen wir auf die prelims early oder fight pass prelims haben wir jetzt hinter uns gelassen und die early die prelims werden eröffnet von sudik yusuf und diego lopez der jetzt wahrscheinlich schon von vielen ein absoluter fan favorite fan favorite ist einfach weil er einen stil hat den man gerne zuschaut der viel spaß macht noch dazu wahrscheinlich die schönsten haare im gesamten mma business sudik yusuf unglaublich viel potenzial aber immer dann wenn es für ihn wenn es hieß okay du hast jetzt die möglichkeit diesen diesen sieg zu holen wo man einen hohen wiedererkennungswert hat wo man einfach sagt aber jetzt hat er einen großen namen eingesammelt gegen er zum barbosa nicht gewonnen gegen arnold allen gute chance gehabt einen ebenfalls aufstrebenden fighter zu besiegen nicht gewonnen also es fehlt da noch so ein bisschen ich meine viele siege und definitiv ein guter fighter es fehlt so ein bisschen diese dieser qualität sie gegen wirklich einen topmann ehemaligen topmann contender um sich noch mal so ein bisschen vom rest sage ich mal der masse in dieser gewichtsklasse im federgewicht zu trennen diego lopez auf der anderen seite der kann alles der macht auch alles ob grappling ob striking auch ein killer der geht absolut aufs finish und hier lasse ich mich definitiv gebe ich zu von der euphorie mitreißen wenn ich mir die ersten drei fights von ihm in der ufc angucke gegen rf kurzfristig eingesprungen sah super aus ja er läuft hat diesen fight gewonnen aber diego lopez in jedem punkt zu jedem punkt zu jedem zeitpunkt in diesem fight gefährlich gewesen immer auf irgendwas versucht zu kreieren dementsprechend war das eine niederlage im debüt die ihm auch null geschadet hat dann gegen gevin tucker und vor allem gegen pet sabatini stark seine ersten beiden fights dann nach dieser niederlage abgeliefert finishes in der ersten runde geholt wie gesagt ein killer wenn der irgendwo sieht ein finnisch ist da oder auch wenn es nicht da ist der versucht das szenario zu kreieren surik yusuf müsste diesen fight wahrscheinlich ein bisschen langweilig machen und vor allem aus der ersten runde rauskommen und da diego lopez ein bisschen mehr arbeiten lassen ist ein drei runden fight da muss er natürlich aufpassen taktisch jetzt auch nicht in der runde abzugeben abzuschenken er muss natürlich schon auch was machen kann sich da jetzt nicht jedem schlagabtausch irgendwie entziehen bei diego ist es halt schwierig im striking ist der brand gefährlich ihn auf den boden zu bringen muss er auch aufpassen in seiner guard ist schon der ein oder andere ist damit worden ich tendiere hier zu diego lopez ich glaube dass der sein hype fortführen wird und surik yusuf ist ein guter gegner steht in den rankings sehr guter fighter aber ich glaube hier einfach da lasse ich mich mitreißen vom halb diego lopez glaube der wird weitergehen und der wird hier ein richtig knackiges finish holen und ja vielleicht am ende ein bisschen viral gehen auf social media ufc 300 könnte seine jetzt große plattform sein um dann richtig den sprung einzuschaffen noch ein damenkampf holly home the preacher's daughter im wahrsten sinne des wortes gegen kayla harrison gold glaube ich gold bei olympia judo starke frau auch hier buchstäblich habe vorher schon gelesen ronda rousey auf steroiden ob sie jetzt wirklich irgendwie nachgeholfen hat oder nicht das maße ich mir jetzt nicht an zu beurteilen gibt jetzt ihr debüt in der ufc kam ein bisschen überraschend ich habe eigentlich gedacht dass die mehr oder weniger bei der pfl alt werden wird aber die ufc hat gesagt kommt ufc drohen hat da wollen wir noch mal was präsentieren kommt der fall vielleicht ein bisschen zu spät für holly weil 42 da komme ich natürlich auch nicht drum herum das zu erwähnen wenn wir uns die letzten falls angucken gab hier no contest gegen bueno silva da gab es aber glaube ich auch einfach einen positiven doping test von bueno silva gegen jana santos gewonnen gegen vier verloren also so ein bisschen hat sich dann sieg und niederlage die klinke in die hand gegeben am ende nun ist es natürlich hier der goldstandard die ist allerdings nicht mehr da das heißt mit pennington ist dort jetzt jemand champion den holly schon besiegt hat von daher kann ich mir vorstellen wenn sie hier beeindruckend aussieht dass sie auch wieder in richtung titel blicken wird keller herson sie feiert ihr debüt und das was auf der anderen seite also die letzten beiden falls eine niederlage ein sieg das war auch ihre erste niederlage überhaupt wo man gesehen hat hey wenn der taktown vielleicht nicht kommt dann ist sie vielleicht doch ein bisschen noch überfordert also die stärken definitiv auch im clinch mit den würfen auf dem boden einfach da sehr dominant zu sein der x-faktor der bei holly für mich definitiv das alter ist weil irgendwann wird der fall ein stück immer weiter nach unten zeigen das ist ja die natur der sache bei keller harrison ist das für mich der weight cut weil sie noch nie bei 135 pund gekämpft hat und das wird eine große herausforderung für sie werden und die frage ist wie viel federn lässt sie mit diesem weight cut wie viel power es ist ein drei runden fight was ihr da vielleicht zugute kommt das nicht potenziell weil holly hat auch definitiv die möglichkeiten mit ihrer beinarbeit mit ihrer distanzkontrolle so ein fight auch ein bisschen in die länge zu ziehen in eine vierte in eine fünfte runde zu kommen und wenn du dann den weight cut des todes hinter dir hattest ja dann wirst du da aus dem allerletzten loch pfeifen ich gehe davon aus dass wir wahrscheinlich sogar ein takedown sehen werden von keller herson und dass sie erfolgreich sein wird früh im fight die frage ist dann holt sie ein finish kann holly diese situation überleben überleben ist ein bisschen barbarisch ausgedrückt aber überstehen und wie sieht es dann in runde zwei und drei aus da sehe ich keller herson sehr schwer atmen und dann glaube ich wird holly diesen fein übernehmen und ein finish holen ich glaube der weight cut wird hier der hauptfaktor sein dass es zu viel sein wird dass wir keller herson sehen werden im im käfig nicht unter ihren die unter ihren möglichkeiten bleibt nicht in normaler verfassung abliefert und dann 42 jahre hin oder her wird holly daraus kapital schlagen und ja nach ronner rousey sich hier wahrscheinlich die nächste judo medaille über die schulter werfen kelvin the boston finisher cater gegen den funk master algerman sterling der sein debüt im federgewicht feiern wird schauen wir auf die letzten fights von kelvin cater gegen arnold allen verloren gegen josh emmett verloren gegen giga chikaze gewonnen aber gegen all aber ebenfalls verloren also nehmen wir mal drei der letzten vier fights hat er nicht gewinnen können und der größte augenöffner war da vielleicht weil nehmen wir den arnold allen fight raus fährt seine verletzung shit happens ist jetzt nicht wirklich der gradmesser den ich hier mit reinnehmen möchte aber gegen all away war das über fünf runden für ihn die chance zu zeigen ich gehöre hier absolut in die top gruppe aber all away hat da was heißt eine lehrstunde draus gemacht aber wenn du natürlich während du ausweichst und attacken raus haus irgendwie reinschreien kannst oder mit den kommentatoren sprechen kannst ich bin der beste boxer baby ja dann ist wahrscheinlich schon unangenehm für den gegner in diesem fall für kelvin cater aber seine nemer qualitäten haben ihn in diesem fight gehalten ergerman sterling wird wahrscheinlich die nemer qualitäten nicht so sehr testen ein fighter der natürlich auch von der grappling gefahr immer profitiert das dann einfach er kämpft sehr unorthodox häufig auch immer mit mir ich bin schnell damit meine knie auf dem boden zu packen oder zumindest eins was im regelwerk verankert ist deswegen natürlich irgendwo legitim ist profitiert natürlich von dieser takedown gefahr dass er da szenarien im stand kreieren kann letzte letzte feiten niederlage gegen schon umeli da hatte große probleme umeli festzusetzen am käfig und hat mit seiner etwas unorthodoxen oder wilden art beim reinkommen dann teuren preis bezahlt nämlich seinen gürtel abgeben müssen davor gegen henry sakudo gegen ich glaube dass er ein top fighter ist ich will es nicht immer schlecht reden aber ich komme halt auch nicht drum herum zu sagen dass so der vielleicht letzte richtig mit brief und briefmarke abgestempelt sieg war wo man nicht meckern konnte um nicht ja was war denn damit war der fight gegen kore sentin was beeindruckend ist den hat er gefinished auf dem boden das war sehr sehr stark gegen piotre jahren haben wir einmal das knie gehabt zweiter fight ja war eine decision eine split decision sehr sehr viel dominanz kontrolle gehabt nicht so viel daraus gemacht dillashaw der kam mit nur einer schulter in den fight henry sakudo hat drei jahre pause gehabt auch eine split decision sind alles brutal schwere gegner die musst du erstmal besiegen und ich bin da auch wie bei tony ferguson eine lange siegesserie ist kein produkt von von zufall vielleicht mal hier und da aber es spricht einfach dafür dass ein fighter sehr viel qualität hat aber immer war so ein kleines häkchen ein kleines sternchen mit dabei gegen obeli wie gesagt verloren aber jetzt auch nicht mit dem ersten schlagabtausch und dass er komplett lost aussah in diesem fight aber das muss halt versuchen calvin cater ebenfalls zu kreieren schafft er das hat er die beweglichkeit die geschwindigkeit von einem umeli ich glaube dass er anders kämpft dass er nicht so sehr der scharfschütze ist sondern dass er auch viel von rhythmus und seinen kombinationen lebt und ich glaube nicht dass er im installing da vor ihm stehen bleiben wird und das über sich ergehen lassen wird ich glaube er wird versuchen auf den takedown zu kommen ich bin gespannt wie er aussehen wird ohne harten weight cut vielleicht mit ein bisschen mehr power mit ein bisschen mehr luft im tank und ich glaube weil es auch drei runden sind mit seinem debüt calvin cater kommt jetzt aus zwei niederlagen auch wenn die letzte mit einer verletzung war da müssen wir auch gucken wie kommt er davon zurück das war im oktober 22 auch mittlerweile schon anderthalb jahre her ich tendiere zu alger main sterling ich glaube dass sein grappling hier den ausschlag geben wird dass er kevin cater auf den boden bringen wird dass er vielleicht nicht viel machen wird aber da seine decision dann schlussendlich für sich entscheiden wird letzter kampf auf den prelims und der schwer zu tippen finde ich hier die pochaska gegen alexander die rakete rakic fangen wir erst mal mit bruchaska der obwohl erst 31 unglaublich viel erfahrung schon hat in der ufc allerdings nicht unbedingt da hat er vier kämpfe das wird jetzt sein fünfter fight drei konnte er gewinnen und das waren auch falls also gefühlt hat er da auch alles gezeigt in den kämpfen was ihn ausmacht seine explosivität auch seine nemerqualitäten gegen reyes glaube ich durch so ein abkick oder eine attacke nach oben kurz auf ihm quasi ko gegangen in die guard gefallen sich aber gefangen dann mit spinning elbow und highlight real des jahrzehnts irgendwie ausgepackt gegen leute share auch ein fight wo er tief in sich gehen musste um da noch die kraftreserven rauszuholen aber glaube in der fünften runde hier 28 sekunden vor schluss gefinished gegen alex berger war das jetzt sein letzter fight sei da schlecht aus nein hat er diesen fall verloren ja also wurde von alex berger dann ausgenockt technisch ausgenockt war es vielleicht ein ticken zu früh kann man darüber debattieren die low kicks haben ihm durchaus probleme bereitet auch wenn er deutlich mehr gecheckt hat als ich das geglaubt habe rakic auf der anderen seite kommt aus einer niederlage das war aber eine verletzung davor würde ich auch sagen der fight hätte in beide richtungen gehen können blachowitsch sah nicht schlecht aus rakic sah nicht schlecht aus die aktivität ist so ein bisschen die frage bei rakic und dementsprechend ringrost was ich als faktor mit reinnehmen würde wir sehen hier noch 217 zweimal 218 zweimal 219 zweimal ab 20 war es dann nur noch einmal und ja mai 22 also fast zwei jahre jetzt nicht aktiv gewesen schwere knieverletzung gehabt erholt rehabilitiert ich habe trainings videos auf seinem youtube kanal gesehen der mann sieht absolut fit aus brutale trainingspartner am start körperlich wird er denke ich mal fit sein erfahrung spricht insgesamt von den falls natürlich für pro chaska gegen pro chaska zu kämpfen ist nicht einfach sorry rakic muss hier für mich auch sehr diszipliniert kämpfen sollte alle aspekte des mma nutzen also da auch wenn man so viel quatscht den fight auf den boden verlagern das heißt wenn sich die gelegenheit bietet weil es ein drei runden kampf ist einfach auch mal die runde zu ende bringen auf dem boden den takedown mitnehmen vielleicht auch pro chaska dort halten ground and pound machen die runde vielleicht auch klauen weil so ein offener wilder schlagabtausch gegen pro chaska ist mit sehr viel risiken verbunden weil du weißt nicht kommt da ein ellbogen aus irgendeiner ecke kommt da irgendwie ein knie geflogen kommt ein kick wenn er diszipliniert kämpft rakic und auch da versucht mit mit low kicks die mobilität ein bisschen einzuschränken von pro chaska und takedowns einsetzt um ihn zumindest auf den boden zu bringen und vielleicht einfach nur auf die punkte card zu schielen nicht zwangsläufig auf dem finish zu schielen weil natürlich ist das irgendwo number one contender fight aber wenn man da jetzt zu gierig auf das finish geht wird das jemand wie pro chaska glaube ich bestrafen du kannst pro chaska anklingen der hat aber unglaublich gute fähigkeiten sich dann wieder zu erholen der kommt ins wanken der geht vielleicht auch zu boden aber der ist relativ schnell wieder da und versucht dann wieder in die offensive zu gehen pro chaska wird's wild wird's unorthodox machen wird im stand versuchen denke ich mit seinem antirhythmus den rhythmus von rakic zu stören und immer wenn rakic irgendwie damit rechnet dass pro chaska zig zig zag macht wird pro chaska zig subidi sub machen und irgendetwas anderes rausbringen wenn sich rakic davon beeindrucken lässt wenn ringrost eine rolle spielt dann glaube ich dass pro chaska diesen fight gewinnen wird rakic muss die ganze sache diszipliniert angehen nicht auf viele finden eingehen sich nicht irgendwie in wilden schlagabtausch reinziehen lassen ich glaube rakic hat nicht nur power sondern auch sehr gute nemer qualitäten also den anzuklingeln wird auch für pro chaska schwierig aber da jetzt eine entscheidung wirklich ein tipp rauszuhauen sehr schwer ich mag beide fighter ich gönne es beiden fightern hier bleibe ich vielleicht aber auch mir treu und gucke einfach welcher faktor überwiegt pro chaska sah in seinem letzten fall gut aus das war ein fight um den titel kam vielleicht auch ein bisschen zu früh nach seiner verletzung zurück jetzt hat er die zeit vielleicht bekommen bei rakic glaube ich dass die inaktivitäten faktor sein wird gerade für einen striker und ich habe ihm empfohlen was heißt empfohlen wer bin ich das zu empfehlen aber ich glaube dass es gewinnbringend sein wird auch grappling einzusetzen da ist vielleicht rhythmus ringrost nicht ganz so ein großer faktor weil du das halt auch sehr gut beim training simulieren kannst striking zu 100 prozent zu simulieren ist schwierig außer du willst mit mehreren gehnerschütterungen in so ein fight reingehen darum würde ich zu pokazka tendieren ich glaube der ringrost wird hier für dieses niveau jetzt ein bisschen zu viel sein boickel der amerikanische habib wir auch genannt wird gegen cody brandage solider ringer guter fighter wenn man sich natürlich den kampfrekord anguckt 10 zu 5 und okay die letzten beiden fights hat er gewonnen davor da drei am stück verloren also der fight gegen mal kuhn war wahrscheinlich schon so ein kampf da ging es um die um den ufc vertrag ich spreche jetzt einfach mal ehrlich aus was glaube ich auch viele denken das ist ein fight um einfach den hype von bo nickel noch ein bisschen weiter zu tragen und das würde ich auch gar nicht kritisieren kritisieren kann man vielleicht dass er da jetzt auf der main card am start ist aber die ufc versucht natürlich zukünftige stars zu kreieren und ungeschlagenen jungen fighter mit 28 der auch noch amerikaner ist daher hofft man sich natürlich wenn er da jetzt abgeht und nicht irgendwie schlafen geschickt wird innerhalb der ersten 30 sekunden auf mich habe ich jetzt nicht hier verhext für ihn dann hofft man sich dann natürlich dass der hype durch die decke gehen wird ich glaube dass der fight ihm auch entgegen kommen wird fünf zu null wie gesagt ein perfekter rekord in den letzten fall sei sehr sehr gut aus gegen woodburn gut der ist kurzfristig eingesprungen der hat einfach nur überlegt versucht so lange wie möglich zu überleben bo nickel ist sehr gut hat power hat sehr sehr gutes ringen hat sehr sehr gutes grappling submissions auch auf dem boden das wird für cody brunnerch schwieriger fight ja dass keiner mit ihm rechnet und das vielleicht auch bo nickel ihn auf die leichte schulter nimmt da könnte sich ein upset kreieren aber wie gesagt ich will jetzt nicht nur auf so eine überraschung tippen der überraschung willen dass ich sage ja dann habe ich auch eine überraschung in den predictions drin gehabt ich denke dass wenn alles in anführungsstrichen normal läuft wie normal kann schon beim mma zugehen dass bo nickel hier auf 6 zu 0 seine siegesserie ausweiten wird dass er relativ kurzen prozess machen wird mit cody brundich da er immer noch mit fünf falls relativ jung in seiner mma karriere ist ist das immer noch wo ich finde ein fight der passt der mann hier hat dreimal so viel mma erfahrung wie bo nickel deswegen ist das jetzt schon fight wo ich sagen würde das ist irgendwo irgendwo passt genau kann ich jetzt nicht so extrem kritisieren cody brunnerch wurde ja auch nicht mit vorgehaltener waffe gezwungen diesen fight anzunehmen kommt mit zwei siegen zumindest also mit ein bisschen selbstbewusstsein rein in diesen fight trotzdem glaube ich bo nickel wird den fight auf den boden bringen und dann per submission finischen charles du bronx olivera gegen amann sarukyan auf der anderen seite jugend gegen alter will ich nicht sagen 34 ist immer noch ein junger mann aber gegen erfahrung wenn wir uns angucken wie viele fights in der ufc wie viele siege wie viel 21 submissions alter schwede und sarukyan für sein alter auch schon relativ viele fights aber charles natürlich unglaublich viel erfahrung gerade auf dem ganz hohen niveau das ist jetzt für amann die chance jetzt kriegt er quasi den fight wo es vielleicht um den nächsten teilschut geht zumindest wo er absolut in die top gruppe reinkommt wenn wir uns angucken die letzten beiden kämpfe gegen islam akatschew verloren davor gegen benil im moment kann das ich wollte schon sagen da bin ich doch nicht bei amann der fight liegt doch viel länger zurück das ist natürlich der kampfe gott von charles olivera gegen benil stark zurückgekommen nachdem er gegen islam den fight verloren hat und davor auch da muss ich immer wieder sagen geile siege gegen top competition aber sowohl gegen chandler pori als auch gegen gage da musste auch charles bluten und ist zu boden geschickt worden aber champion qualitäten bewiesen stark zurückgekommen die falls für sich entschieden gegen islam ist ihm das nicht gelungen bei islam finde ich auch hat man in dem fight gesehen das war so absolut vorbereitet und gedrillt charles nicht die möglichkeit zu geben sich irgendwie zu regenerieren nach einem niederschlag islam ist extrem schnell hinterher gegangen und auch sofort in dieser arm triangle schock position gegangen aber gegen benil wie gesagt stark zurückgekommen charles hat selber auch gesagt dass er da dem fall ein bisschen gelernt hat auch geduldiger zu sein und vielleicht nicht mehr so schnell all in zu gehen jemand mit so vielen submissions scheint natürlich auch ein sehr sehr guter konter zu sein auf einen starken ringer was und damit kommen wir zu zadokian sein gegenüber definitiv ist vielleicht mit 1 70 bei ihm auch ein bisschen das problem in dieser gewichtsklasse die die körpergröße dass er da nicht der größte mann sein wird der dort rumläuft aber definitiv top austrainiert der mann also an der fitness wird es nicht liegen auch er hat gegen benil gewonnen sogar glaube ich noch ein bisschen schneller als charles aber lasst mich nicht lügen ja war natürlich genau der sieg den er gebraucht hat für benil tut seinem leid der ist damit dann quasi durchgereicht worden raus aus der topgruppe gegen isma gulof ebenfalls ein sehr sehr schwieriger gegner also einige gute siege eingefahren gegen matteos kamort war auch eine knappe nummer aber das war so das letzte mal dass seine niederlage geschmeckt hat und halt davor gegen islam makachev ist jetzt schon einige jahre er da war natürlich amann noch um einiges jünger unerfahrener hat er jetzt die nötigen qualitäten um jemanden wie charles olivera zu bezwingen auch hier muss ich meine bauch und kopf irgendwie voneinander trennen zarukian hat gutes grappling vor das sich charles aber nicht fürchten wird also es wird hier nicht glaube ich den effekt haben wo charles wird jetzt vorsichtiger dadurch im stand charles wird seine hände dort haben oder hier haben oder es wird ihn irgendwie beeinflussen olivera wird das egal sein weil er sehr zuversichtlich in seines der mischen fähigkeiten ist und er sagt ja dann bring mich auf den boden wirst du sehen was du davon hast das ist natürlich bei einem drei runden fight auch ein riskantes spiel in den fünf runden fight hast du einmal natürlich mehr zeit dann irgendwann ist müdigkeit auch ein faktor wo sich vielleicht dann eher situationen auch ergeben können wo vielleicht das vermischen doch durchgeht hat sich zur luke an gerade was auch die nemer qualitäten und was es heißt wieder zurückzukommen schon ausreichend bewiesen fragezeichen benil natürlich ein starker sieg auch mit der stärkste sieg den er hatte aber die competition bei charles ist durchgehend im killerniveau in den letzten jahren tony ferguson das war ja auch noch eine zeit ist jetzt auch über drei jahre er da war tony vielleicht noch nicht in der verfassung wie jetzt da hat das so weh dass du zu sagen da noch ein bisschen mehr bedeutet auch kevin lee war ein sehr sehr starker sieg und dann halt die die schon aufgezählt hat charles hat mehr waffen in diesem fight ich weiß irgendwann ist der punkt erreicht wo die neue generation einfach übernehmen wird wo es die wachablösung geben wird mein bauchgefühl sagt mir da sind wir jetzt aber noch nicht mein bauchgefühl sagt mir dass diese masse an möglichkeiten zu viel sein wird die charles olivera mit in den käfig bringt und dass er diesen fight noch gewinnen wird ich glaube nicht dass das ohne widerstand vonstatten gehen wird dass amann durchaus auch momente haben wird in diesem fight aber dass charles olivera vielleicht noch mal mitnehmen aus dem letzten feiten noch eine ganz andere form von reife zeigt eine ganz andere form von killer instinkt ein bisschen abwartender agieren wird kann natürlich alles voll nach hinten losgehen ihr seht die feit gerade und sagt was hat der pack oder da erzählt ist der komplette gegenteil eingetreten aber ich glaube charles olivera wird stand jetzt noch ein ticken zu viel sein für zur rucki an und wird hier den sieg mit nach hause nehmen justin die highlight gaiji selten war auch ein spitzname so passend wie die highlight gegen max blast holloway der es erneut versuchen wird im leichtgewicht der auch seine blumenhose bekommen hat von der ufc von venom fangen wir erst mal mit gaiji an er hätte warten können auf seinem title shot ich meine auch hier kam für gott 25 siege vier niederlagen und die niederlagen die kam halt auch olivera kabib nur magomedov pori eddie alvarez alles ehemalige champions also wenn er verloren hat dann wirklich nur gegen die crème de la crème gegen pori konnte er sich sogar diesen diese niederlage zurückholen gegen die anderen männer hat das nicht geklappt gegen charles gibt es vielleicht noch mal die gelegenheit er ist nicht mehr in der ufc gabib ebenfalls nicht gegen charles kann das vielleicht noch mal was werden in dem zweiten fight netz tendenz definitiv geht weiter nach oben gegen für cf sei gut aus da auch quasi den jungen abgreifen angreifer erst mal abgewährt pori die revanche ist geglückt pori ausgenockt ist nicht vielen gelungen gaiji starker fighter was zeichnet ihn aus schwere fäuste gutes defensives ringen vielleicht für den einen oder anderen widerspruch nicht unbedingt optimales grappling wenn er auf dem boden ist aber den mann auf dem boden zu bringen ist eine große herausforderung holloway wird glaube ich nicht die waffen im werkzeug koffer haben um dafür zu sorgen dass gaiji auf dem boden land wird halte ich nicht für realistisch ich glaube dass holloway auch eher der fighter ist der versuchen wird den kampf im stand für sich zu entscheiden auch hier 25 siege sieben niederlagen ein paar mehr wenn wir uns da auch angucken volkanovski volkanovski pori ed weit müssen wir zurückgehen mcgregor bermudis noch mal pori mit ausnahme von dennis bermudis auch hier nur ehemalige champions nur absolute top fighter die max holloway richtig haben laufen lassen für sein geld die letzten beiden fights gegen arnold allen hier starker aufstrebender fighter abgewährt und gegen den korean zombie nicht mehr ganz so junger nicht mehr ganz so aufstrebender fighter aber im stand hat er da auch wieder gut ausgesehen der gute max 32 jahre alt geht jetzt den weg nach oben gegen den 35 jährigen gaiji ein fight wo viele sagen wie viel sinn macht das geht natürlich um den bmf gürtel den soll mark coleman überreichen finde ich absolut verdient nach seine nicht nur aus seiner karriere sondern dem er seine beiden eltern aus einem brennenden haus gerettet hat absoluter alpha mann wie geht dieser fight aus gaijis stärken sind für mich neben seiner power vor allen dingen seine seine leg kicks und da ist die frage wie wird holloway damit umgehen wenn du einen flinken fighter mit guten kombinationen vor dir hast den du aber so ein bisschen die beweglichkeit nimmst das hat volkanovski sehr gut gemacht im ersten aufeinandertreffen gegen max schränkst du ihn natürlich empfindlich ein mit seinen stärken und wenn gaiji das machen wird und das wird er machen er wird auf die beine gehen könnte holloway ein problem bekommen das wird in fünfrunden fight sein da könnte holloway vielleicht kapital rausschlagen weil der typ wird nicht müde wird das kind geknackt werden von max ich meine ich ich hoffe es nicht nicht weil ich es nicht gönne aber einfach weil ich nicht will dann unser max kaputt geht ich kann mir tatsächlich vorstellen dass max auch hier standhalten wird dass er vielleicht das erste mal niedergeschlagen wird aber ich glaube nicht dass bei ihm komplett die lichter ausgehen werden wenn gaiji hier gierig wird gierig nach vorne geht und sagt ich schmeiß dem alles was ich habe entgegen und holloway steht noch nachdem er alles entweder geschluckt hat oder einfach nur dem ganzen ausgewichen ist könnte gaiji ein problem bekommen wenn er dann müde wird und holloway ihn mit kombinationen einfach auseinander nimmt fraglich ob holloway zu diesem punkt kommt ob er das überstehen wird und ob gaiji so kämpft er hat gegen tony ferguson gezeigt dass er auch anders kämpfen kann dass er auch diszipliniert kämpfen kann abwarten kämpfen kann vielleicht auch weil er bei tony wusste ausdauer kin das sind zwei dinge da muss ich halt vorsichtig sein er hat er jetzt gegen tony auch nicht die hände die ganze in der tasche behalten sondern durchaus schon losgefeuert aber nicht vielleicht in der frequenz wie in andernfalls und nicht so einen offenen schlagabtausch gesucht es spricht rein vom stil her nicht so viel für max holloway wenn gaiji fokussiert reinkommt also vom kopf ist das ein fight wo ich definitiv auf gaiji tippe vom bauchgefühl bauchgefühl kann sich täuschen aber vom bauchgefühl natürlich kann sich der kopf auch täuschen vom bauchgefühl ist gaiji jetzt hier ein unnötiges risiko eingegangen holloway hat wahnsinnig viel zu gewinnen in diesem fight was hat gaiji zu gewinnen ein bmf gürtel der nicht wirklich relevanz hat in dieser gewichtsklasse gegen einen fighter aus einer anderen gewichtsklasse zu verteidigen ja er ist bei ufc 300 dabei aber wie motiviert ist er diesen fight auf biegen und brechen zu gewinnen holloway möchte vielleicht auch diesen bmf gürtel einfach haben holloway möchte im leichtgewicht jetzt endlich erfolgreich sein sich neue möglichkeiten dort erarbeiten ich glaube motivation wird bei holloway extrem groß sein viele schreiben holloway ab viele glauben gaiji wird ihn kaputt machen wir den aussnocken holloway hat immer diese mentalität bewiesen gerade dann wenn alle ihn abschreiben soll jetzt erst recht freuen und jetzt liefere ich ab und vom bauchgefühl her glaube ich dass holloway tatsächlich gaiji in einer der späteren runden zermürben wird aber das ist halt jetzt die frage kopf oder bauch worauf höre ich kopf sagt mir gaiji hat einfach gute mittel um holloway das leben schwer zu machen die low kicks die power in dieser gewichtsklasse dass er den takedown nicht fürchten muss wird ihn im stand noch gefährlicher machen er muss nicht unbedingt die power von max holloway fürchten eher das volumen wenn er da strategisch gut kämpft wird das vielleicht nicht so ein großer faktor sein schwer wirklich ein sehr sehr schwerer fight ich gehe jetzt einfach mal mit dem kopf und sage dass gaiji diesen fight für sich entscheiden wird co-main event und ein titel steht auf dem spiel bei den damen weili gegen shionan für mich vorsichtig ausgedrückt weil das bei predictions immer so eine sache vielleicht der eindeutigste fight vielleicht aber auch der langweiligste fight des abends weil ich gehe davon aus dass wir hier wirklich die vollen fünf runden sehen werden beide damen schätze ich so ein dass sie so ein stück weit inhalten werden vor der kulisse ufc 300 vor der bedeutung zwei chinesische kämpfer die jetzt um ein gürtel in der ufc gegeneinander antreten und keiner möchte dort einen oder den ersten fehler machen und beide werden dementsprechend vorsichtig sein weili ist nach wie vor für mich auch wenn sie ein bisschen fehler gelassen hat in dem fight gegen rose nomadunus oder in den fights wobei der zweite fight relativ knapp gewesen ist eine abrissbirne die kann alles gut wenn die fit und on pointe ist egal ob striking ob power ist ob technisch ob grappling die kann gefühlt einfach alles ihre gegnerin point fighterin klingt immer so böse aber ich glaube dass sie im stand sehr sehr clever kämpfen kann wenn wir uns die letzten fights angucken von weili gegen lemosh gegen esparza das ist so ein bisschen das steinschere papier prinzip zwischen esparza weili und rose und joana dieses spinning backfist wobei joana da glaube ich schon was sind des wortes mit anderthalb beinen raus war aus der tür und dann halt diese knappen falls gegen rose der einzige richtige eindeutige niederlage war wirklich gegen rose dieser dieser kick gegen den kopf wobei ich damit dazu sagen würde ich glaube weili war da sehr beeindruckt von den ganzen buch rufen die entgegen kam das hat sie glaube ich extrem verunsichert ich bin gespannt wie die kulisse ihr gegenüber hier eingestellt sein wird auf der anderen seite share und an von den gegnerinnen der letzte fight war mit sicherheit einer der beeindruckendsten jessica andrasch auszunocken das ist nicht vielen kämpfern gelungen gegen mckenzie dörren war das eine mehrheitsentscheidung gegen rodriguez eine split decision gegen esparza dann verloren und dann sind wir schon über drei jahre in der vergangenheit das war jetzt glaube ich für die ufc auch einfach so main event den konnte man gut machen zwei chinesische fighter gegeneinander wie gesagt ich glaube keiner will den ersten fehler machen beide werden sehr vorsichtig agieren wir werden ein langes abtasten sehen ich denke weili wird den längeren atem haben wird den ein oder anderen takedown holen die eine oder andere punkten runde damit auch nach hause holen und ich glaube dass sie den fight über eine decision gewinnen wird hauptkampf um den gürtel im halb schwergewicht und ja auch hier mit einer prediction tue ich mich so ein bisschen schwer für mich hier auch wieder so eine frage kopf und bauchgefühl fangen wir an mit alex behera der sein gürtel verteidigen wird hat ihn gegen bruchaska gewonnen den verkannten gürtel weil jamal hill sich halt die achillessehne gerissen hat nicht kämpfen konnte als champion sein debüt im halbschwergewicht gegeben gegen jan blachowitsch eine split decision da hat glaube ich nicht viel gefehlt und eine runde wäre vielleicht in die andere richtung gegangen was alex für mich da bewiesen hat ist dass er keine leichte beute auf dem boden ist wobei ich nicht glaube dass das gegen diesen mann hier und er ist ein spaßvogel jamal hill dass es gegen ihn irgendwie eine rolle spielen wird weil ich nicht davon ausgehe dass jamal hill den fight auf dem boden verlagern möchte ich habe bei einer der letzten news folgen so ein bisschen die worte kritisiert von hill dass er gesagt hat er hat eigentlich nur gegen gegen ringer gekämpft und jetzt werdet ihr mich mal gegen einen striker sehen wie ich glänzen kann da habe ich tiago santos mit reingebracht ich habe den fight noch mal angeguckt und da muss ich zugeben tiago santos ist doch erstaunlich häufig ins grappling gegangen in clinch situationen gegangen das war kein reines striking duel von a bis z von daher durchaus da punkt für hill bei dem fall ist mir aber auch aufgefallen wenn er in einigen positionen so offen steht und so wild ist gegen perda vielleicht wird der brasilianer das bestrafen mit nahten nach krachen den linken aber so wie der kampf ablaufen wird kommen wir gleich noch gehen wir erstmal zu den letzten siegen zu den letzten fights von hill wobei ich hier auch dazu sagen muss hill 32 pera 36 also der jüngere fighter ist hil aber beide hier haben wir einmal elf kämpfe bei insgesamt 13 kämpfe das ist nicht wahnsinnig viel mma erfahrung die beide hier mit in den käfig bringen auch nicht unbedingt auf dem allerhöchsten niveau sind beide haben nicht irgendwie schon also nicht zehn titelkämpfe über fünf runden in den knochen wobei alex berger in dieser kurzen zeitspanne schon gegen verdammt viele champions gekämpft hat die letzten kämpfe wie gesagt gegen glaube texera gegen tiago santos gegen johnny walker da versucht auch isola das seien ja so ein bisschen eine parallele zu ziehen in seiner prediction er hat ja auf hill getippt das war mit sich ein beeindruckender knockout aber ja wenn johnny walker ausgenockt wird dann fast immer beeindruckend oder auf spektakuläre art und weise gegen glava das war schon auch ein beeindruckender fight wo er wirklich ja tief wie tief wühlen musste und alles aus sich rausholen musste um diesen fight zu gewinnen war eine decision konnte den alten mann glaube texera da nicht finischen und alex perra hat natürlich so bisschen innerlich schon rache geschworen für seinen mentor wie wird der fight ablaufen sie hat es an einigen punkten glaube ich schon ganz gut offen offen auf einen nenner gebracht dass die low kicks von alex berger ein faktor sein werden ich habe ein paar falls noch mal von hill geguckt und der steht wirklich sehr sehr weit auseinander und ist durchaus anfällig für solche kicks und alex berger wird diese kicks bringen und wenn sich hill auch mit der verletzung mit der achillessein abriss im hinterkopf nicht irgendwas dagegen überlegt hat wie er ihn damit bestrafen kann sei es zu jabben und ihn damit zu bestrafen oder sei es wirklich einfach nur zu checken wird das eine lange nacht werden für jamal hill wenn er die ersten 4567 low kicks nicht checkt und denkt dass er da irgendwie durchgehen kann das wird er nicht kann er wird nicht durchgehen können dann wird er eingeschränkt sein in diesem fight und dann kann daraus wahrscheinlich alex berger kapital schlagen viele nehmen auch die niederlage von alex gegen sie so als maßstab oder als möglichkeit hey so kannst du ihn knacken da ist er natürlich auch gierig geworden dieses opossum spielen von ist sie ich glaube schon dass er durchaus auch ein bisschen angeklingelt war aber ihn so quasi locken dass der komplett ohne deckung vor ihm stand und gedacht hat so jetzt kann ich einfach meine schlagsalden loslassen die hat sie dann einfach sehr sehr gut mit perfektem timing bestraft mit einer ähnlichen kombination wo er ihn schon im ersten fall im ersten mma fight auf schlittschuhe gestellt hat hill kämpft natürlich anders als isola das anja mein kopf sagt mir in diesem fall der striker mit mehr erfahrung obwohl beide ja nicht irgendwie schon mit fünf jahren angefangen haben zu kämpfen oder kampfsport erfahrung zu sammeln aber das sind so kennt ihr den begriff geborener kämpfer ich glaube beide sind so das steckt einfach in denen drin er hat er einfach mehr erfahrung gerade was das striking angeht es wird glaube ich ein kickboxduell werden im mma käfig ich kann mir nicht vorstellen außer angeklingelt dass einer von beiden versuchen wir zu clinchen und da hat alex einfach sehr sehr große vorteile auch wenn der fight auf der distanz bleibt ich schätze die kicks von alex berger deutlich gefährlicher ein auch dieser wechsel drei vier low kicks die müssen vielleicht noch nicht die mobilität einschränken aber die sorgen dafür dass vielleicht hill den fehler macht und irgendwann auch runterzugreifen nach den kicks und dann ist natürlich hier oben alles offen also ich kann mir das vorstellen dass alex berger wirklich in diesem fight seine distanz einfach sucht mit den low kicks ein ziel findet und sich dann quasi hill zurecht legt und bum bum ihn dann auch ausnockt mein bauchgefühl sagt mir aber hill sieht aus wie ein typ der irgendwie mehr weiß als wir der irgendwie mit dem delorean in die zukunft gefahren ist und gesehen hat hey guck mal dritte runde habe ich alex berger ausgenockt mit einem rechten uppercut ich weiß nicht das ist einfach nur bauchgefühl hill schlägt verdammt hart und ich habe ihn sehr sehr selten auch mal wirklich angeklingelt gesehen der hat einige wirkliche bomben eingesteckt in seiner karriere schon auch dieser fight gegen paul craig was quasi offiziell als jemand noch mal zurück als tko bewertet wurde ich meine auch zurecht da da einfach das grappling von paul craig massiv unterschätzt die gefahr als sein arm da wirklich gefangen gehalten wurde und welcher schaden dort aus paul craigs guard hervor ging aber das war jetzt nicht diese nummer mit ihrem stand baum angeklingelt zu boden geschickt also so ein tko ist es nicht gewesen davon abgesehen ziemlich blütenreine weste für sweet dreams irgendwie sagt mir mein bauchgefühl dass es sweet dreams machen wird und ich hatte ja schon bei einem anderen fight auf der kart die frage kopf oder bauch da habe ich mich für den kopf entschieden bei gage hier ich versuche thanos mäßig irgendwie das gleichgewicht zu halten entscheide ich mich einfach mal für das bauchgefühl ihr wisst ich bin da der gönnjermin ich gönn's beiden fightern hill ist ein sympathischer bursche bursche werdet jetzt irgendwie ein kleiner jüngling ich hoffe ihr versteht dass ich das nicht respektlos meine alex perra ebenfalls ein super entspannter typ auch super sympathisch gönnen würde ich es beiden mein bauchgefühl sagt mir irgendwie wird derjenige sein dessen kinn mehr aushält der durchs feuer wirklich durchgeht selbst gegen alex perra nicht unbedingt jetzt sauber 45 linke haken einsteckt aber den einen oder anderen treffer einsteckt nach vorne kommt und boom irgendwie alex perra kalt erwischen wird würde mich wundern wenn dieser fünf runden kampf über eine decision entschieden wird mein kopf sagt alex perra wird das ganze chirurgisch machen mit seinen low kicks und wenn er dann die chance wittert und hill unbeweglicher wird vielleicht ab runde zwei oder drei auf den kill zu gehen hill bleibt allerdings immer gefährlich und mein bauchgefühl sagt mir der wird irgendwann mit einer bombe das ziel finden genau aufs kinn und sich seinen gürtel dann zurückholen ich bleibe diesmal hier einfach bei meinem bauchgefühl jetzt bin ich sehr gespannt auf eure tipps könnt ihr gerne unter das video ballern was glaubt ihr wie geht die ufc 300 aus werden wir eine legendäre card erleben werden alle falls abliefern werden stinker dabei sein habt ihr wilde prognosen wir werden uns am sonntag wieder hören mit entweder puh oh mein gott was für ein event oder oh mein gott was für ein event vielen dank fürs einschalten passt auf euch auf bis demnächst und let's fight